Bestimmt. Ihr seid mir die Liebsten, ey. Biss dich! Oh yeah! Ishi bewegt sich nicht mehr. Sich nicht rühren ist genau das, was tote Leute tun. Danke für den Optimismus. Das ist der Wienerführend. Na dann würde ich mal sagen... Ich weiß nicht, ob ich die weiter behalten soll, aber... Hm. Ich glaube erstmal nicht. Ich werde wieder zu der... Ich glaube das Ding benutze ich mal wieder. Kleine Abwechslung. Das Ding ist ganz witzig. Kapazität kaufen. Warum sind die ganzen Aufladungen nicht verfügbar? Gibt es da keine, oder? Okay, jetzt... Kämpfe mal ein bisschen mit der. Ist ganz witzig. Gefällt mir. Kann man auch gute Punkte mitmachen. Ui! Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Sieht aus, als wäre das hier unten der Privatgarten der Hölle. Wir brauchen einen. Wir brauchen einen! Ich will einen da so in so... in so einer Pflanze reinstecken. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ihr seht mich nicht. Jetzt aber. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm schon. Sooo. Verdammt. Bist du tot? Ne. Höh? Komm du mal her. Warum geht denn das nicht? Ich werde diese Pflanze da füttern. Geht doch. Ist das eklig. Also so fleischfrechende Pflanzen, das finde ich richtig... Boah. Das ist so eklig. Boah. Naja. Muss ich hier rüber? Muss ich hier rüber? Rentierungssinn wie ein Obdachloser, ey. Ehrlich. Ja, hier geht's weiter. Uh. Das sieht gut aus. Treten. Einfach nur treten. Gucken was passiert. Haha. Schön. Ah, scheiße. Ich muss immer irgendwie... ... immer mir was kaufen. Nicht sparen. Immer sofort immer alles ausgeben. ... 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 Hallo? Bist du? Nette Konstruktion, ihr Skullpenner! Ach da ist es! Ach du Scheiße! Die Zungen dieser Menschenfresser sind stark genug um einen Hubschrauber runterzuholen! Krass Mann! Vielleicht seid ihr ja verwahrt! Oh da ist das Ding jetzt schon kaputt! Ja, schon kaputt! Trottel! Kämpfe mich mein Freund! Wack auch! Was soll das sein? Haha! Nein! Ich bin der Mann nicht! Ich bin der Mann nicht! Ah, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Du, 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 du! Das ist der Weg, das ist der Weg unter jeder Ecke! Das ist der Weg... Ich muss aufpassen, dass das.. Oh! Was ist das? Ich höre doch noch was! Oh, ist das? Ja, ich höre doch noch was... Ja, bleib mal ruhig! Ich bin ja schon auf dem Weg! Wohin denn? Ach da! 300 Meter! Wir sind bald da! Vorsicht! Mittenfresser lieben die Enden! Das Ding fass ich nicht mal an! Alles, alle! Alle, alle! Wie nett! Wer war das denn? Huuuiiii! So, das macht Spaß! Machen wir die Säcke kalt! Ischis Zeit läuft ab! Ich glaub das machen wir schon die ganze Zeit, oder? Ja! 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 Dünger! Haha! Ich liebe es so viel, ey! Wer bist du denn? 500 Punkte dafür, dass man so einen R2-D2 kaputt macht, ist ganz schön... Ja! Kann man sehen lassen! Kammerjäger? Getötete Schwärme! Ah! Okay! Nochmal! Weil's so cool war! Höhenangst! Ach man, es ist... Es macht echt Spaß, ey! Ich will nicht aufhören zu spielen! Kann ich nochmal? Oh! Oh! Okay, ich werde mich darauf wahrscheinlich konzentrieren, dass ich immer dieses Ding benutze! Das ist ja echt geil... Ischi, wir sind gleich da... Warte noch... ...n paar Minuten... ...sekunden... ...stunden... ...wie auch immer... ...wie in einem Mausoleum. Was ist das hier? Die Meditationskammer der Creeps? Wir machen keinen besonders nachdenklichen Eindruck. So sieht's wohl aus. Halt dich bereit, wir sind genau über diesem Ding. Oh, oh scheiße. Verlust vorsichtig, vertraue nichts und niemandem. Diese Pflanze könnte verbunden sein. Wo zur Hölle marschieren wir hier rein? Keine Ahnung, was übervolle Scheiße, die ich hier unten gesehen habe, würde dir der Arsch auch gut aussehen. Ist doof. Ich habe wirklich ein ganz doofes Gefühl bei der Sache, ey. Oh man. Okay, dann werden wir uns das letzte Mal wahrscheinlich noch mal ein bisschen Munition kaufen und hoffen wir, dass wir das überleben. Okay. Die Tonation bei so einem großen Vieh nützt wahrscheinlich nichts, deswegen werde ich das lassen und ich werde auf jeden Fall die Pistole mitnehmen, die Shotgun, die noch ein bisschen Muni kaufen. So. Zwei, drei Ladungen und hier genau das gleiche und noch ein bisschen Munition kaufen. Okay. Und weiter geht's. Ach du Scheiße. Der Navi, der in dem Ishi verschwunden ist. Ach Scheiße, ey. Müssen es denn immer große Entgegner sein? Oh Gott ey. Ihr habt unser allererster Endgegner. Wurde aber auch mal Zeit. Scheiße ey. Ich habe echt Angst. Ah die machen gute Brüder. Damage. Es hat mich erwischt. Was ist das? Ist das Ding tot? Der wiese Bastard stößt uns mit dem Feuer raus. Verdammt, ich sehe nichts. Ziel in seine Richtung und schießt. Und schießt. Was ist das Ding tot? Boah. Boah. Was ist das denn? Boah. Das ist doch keine Pflanze. Alter. Und das generiert sich auch noch? Scheiße. Boah. Wurzeln. Achte auf den Boden. Mach alles Platz was ich bewege. Haha. Das glaub das machen wir schon die ganze Zeit. Nimm das und das und das. Scheiße keine Muni mehr. Dann nehmen wir halt die Ladung ein. Wo sind die Pollen? Alter. Boah. Fuck, fuck, fuck. Wo ist das letzte? Na klar. Und immer da muss ich nachladen. Yeah. Och ne. Hallo. Guten Tag. Was ist denn los? Bleib in Bewegung. Du bist bestimmt nicht im Maul von diesem Ding landen. Ist das ein Vieh alter. Oh. Ist das eklig. Oh. Okay. Der Bastard versucht sich zu regenerieren. Schon wieder? Ich bin mit allem voll was du hast. Ja, die Tentakel zur Hölle. Oh Gott. Hast du Tentakel gesagt? Das ist echt widerlich. Ja, das ist es wirklich. Noch eine, noch... Oh shit. Na komm. Komm her. Du Sohn einer Mutter. Boah, die Ladungen... Die hauen schon ordentlich rein. Pickt euch das an, ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Juan! Baller sie ab! Lass diese Scheißdinger nicht in deine Nähe! Die nächste Runde steht an! Wo sind die Tentakel? So. Boah, ey. So ein... Alter, wie das aussieht, ey. Alter, wann ist das Fee denn mal tot? Ja, chill mal. Was ist doch mal los? Scheiße. Vielleicht nicht so von nahen. Boah, ey. In den Kopf, in den Kopf! In den Kopf, in den Kopf! Was erledigt! Jetzt gib ihm den Kopf! Ohne seinen Kopf ist es machtlos! Boah. Unkrautsjäger. Ah! Auf geht's auf, ey. Puh! Alter! Kann mal einer sagen, was er will? Ich hasse Gebüse, ey. Das war schon immer so.